Ich bin bereit, um zu rollen. Danke schön. Ich fühle mich calmer. Ich kann sehen, was das Gegner planen. Dann nehmen wir uns die hier mal vor. Ich bin bereit für alles. Ich fülle ihn runter. Wir haben halt alle zwei Angriffe gegen Atlas. Das ist doof. Verschanzt dich mal bitte doof. So. Hmm. Okay. Du kommst an ihn ran. Du kannst ihn killen. Theoretisch kill ihn zumindest. Ach. Das ist es. So. Jetzt aber down. Danke. Okay. 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 Das ist. Nur ein Punkt Geschwindigkeit. Na, immerhin. Immerhin etwas. Hey. Und die 20 Silber nehme ich auch sehr gerne mit. Muss ich ja mal sagen. So. Ah. Verteidigung statt Resistenz hätte ich halt ganz geil gefunden. Aber das war mir halt nicht vergönnt. Na ja. Dann ist es so. Okay. Ich hoffe der Gegner teilt sich ein bisschen auf mit seinen Angriffen. was er offenbar tut. Das finde ich schön. Also außer dass der Magier, äh, auch im General fort. Das finde ich weniger cool. Aber hey. was will man machen. Natürlich verschanzt du dich auf den Frickin Grab, ey. Im Sack. Aua. Okay. Das hätte böse enden können, wenn der ein bisschen mehr Schaden machen würde. Oh boy. Oh boy. Okay. Okay. So. Und schnappst du bitte den da. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So. Dann schnappst du dir mal bitte ihmchen. Nice. Okay. Und du haust ihmchen um. Ja. Machen wir sie. Sehr schön. Sehr schön. Die sind erstmal safe. Perfekt. Ja. Ja. Bleib dir halt auf einem BKP sitzen. Mist. Aber so ist das manchmal. Kann man nichts machen. So ist halt manchmal. Kann man nichts machen. So. Ja. Tschüss. Okay. Dann haben wir den ausgeschaltet. Sehr schön. Okay. Dann haben wir den ausgeschaltet. Ja. So. Äh. Und war das mal so hier. Perfekt. Und der kann eh nicht angreifen. Pff. Äh. Weil er nur noch NKP hat. Von daher brauche ich mir hier keine wirklichen Gedanken machen. Äh. Wir heilen trotzdem mal. Wir heilen trotzdem mal. Äh. 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 Da sage ich ja. Keine Gedanken. Ich brauche mir da keine Gedanken machen. Tschüss. Sehr gut. Hm. Ein Wun ist ein Wun. Der Kampf wäre durch. Sehr schön. Ja. So. Dann hier am Hafen noch schnell. Äh. Äh. Palla und Catria wieder mitnehmen. Schatz. Okay. Äh. Oder... So. So. Okay. Äh. Schatz. Schatz und Kai nur. Sind mir egal. Wir gehen. Wir gehen. ja gut das sollte jetzt nicht so das problem sein da oben anzugreifen machen wir mal machen war das einfach mal nicht wahr warum nicht so okay wir haben alle einheiten dabei perfekt ja position dürfte so auch in ordnung sein würde ich jetzt erstmal sagen erst mal hier ein bisschen feuer bitte so und dann können walba und kamui die ihn hier schon mal ausschalten sehr gut sehr 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 gut so okay du kannst nicht angegriffen werden das ist perfekt nicht so gut wie es mir lieb wäre sagen wir es mal so stimmt die haben ihre ausrüstung gar nicht mehr das hatte ich vergessen naja so da kriegt erst mal ein pfeil ins gesicht ja guck mal lieber dahin so du kannst aber mal dorthin und du gehst mal dorthin und mit dir warten wir hier im wald und du ja keine ahnung hast du einfach mal ja komm du hast einfach mal mit dem donner rauf warum nicht warum denn nicht so okay so okay ja na denn ihr dürft liebe gegner ja ja der krit ist ganz nice bringt mir jetzt nicht so extrem viel aber immerhin ein bisschen was ist schon mal nicht schlecht und der krit bringt mir gar nichts weil der gargölz oder so weg wäre aber hey kein ding absolut kein ding so sehr schön ja mehr geschwindigkeit nicht schlecht mehr angriff wäre halt auch schön so aber mehr geschwindigkeit für doppelangriffe ist halt auch nice da sage ich mal nichts gegen und du gehst auch auf leon meinetwegen hey Bogenschützen können in diesem spiel auch Einheiten direkt neben ihnen angreifen von daher ist mir das egal so hier zack und äh kümmern sich mal um den da oh ein crit nice sehr schön sehr schön sehr sehr schön sehr sehr schön ok mhm ja komm die können mir nicht viel die können mir da nicht wirklich viel also rande also rande ok perfekt ok ok man beachte einmal ich hatte Deckung von 60 und ich habe trotzdem 100% Trefferchance ja kann man mal machen kann man mal machen kann man mal machen und mehr fähig äh höre fähig jetzt werde ich immer gerne sehen da werde ich mich niemals drüber beschweren da werde ich mich niemals drüber beschweren da werde ich mich niemals drüber beschweren du jetzt frisch mal frisch mal frisch mal ein bisschen Donnerzauber das war jetzt richtig beeindruckend da muss ich ja ganz ehrlich zugeben ah Moment gehen wir mal hier hin ja das war jetzt richtig beeindruckend ja ja wir kriegen ihn leider nicht ganz anledigt aber wir kriegen ihn weit genug runter wir kriegen ihn nicht weit genug runter gekloppt weil wir mit einer 70% Trefferchance natürlich zweimal verfehlen wie sollte es anders sein in diesem Spiel ok 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 sei mal ein bisschen geheilt so ok na denn macht ihr mal ne ihr kümmert euch hier mal um die Zombies ja ok so ja die Zombies ey sind als gegner halt echt banal nicht dass ich das stimmt oder so das ist was wir immer machen kann ich habe keinen bock dass sie noch ewig zum ist weiter nachspawnt dann als nächstes werden wir auf jeden fall kinder weg tschüss hey level up nice ja doch wenigstens ein bisschen angriff bekommen passt schon passt schon na gut das bringt mir nicht so extrem viel erstmal aber wenn wir den vorher mit weiber andotzen so in etwa dann bringt mir das schon mehr denn dann kann ich jetzt von hier aus mit dem feuer auch killen also killen und grillen in einem ne grillen quasi oder so so hey wie heißt bowie mit einer holung findste gut ich auch sind wir schon zwei die das gut finden so ok na denn selber kommen sie mal her hier ne guter man so zack 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 sehr schön so b ich habe dir Hilfe b h h h h h h h h h Das hat nicht lange dauert. Das war jetzt gar nicht mal so schlecht, würde ich behaupten. Ich glaube, ich gehe gleich noch mit Celica ein bisschen weiter. Bevor wir das aber machen, machen wir eine ganz kurze Pause. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.